Wenn Deutsch so einfach wäre wie Englisch, dann hätten es viele Leute einfacher, Deutsch zu lernen. Wenn, ach wenn, ach wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Das gibt es auch im Englischen, heißt dort if und da gibt es gleich drei Möglichkeiten, einen Wenn-Satz zu bilden. So ein Wenn-Satz heißt auch gerne Konditionalsatz, Bedingungssatz oder auch einfach If-Satz. Und weil es da gleich drei Kombinationen gibt, spricht man gerne von If-Clause. Wie auch immer man das nennen mag, es geht halt um die Sache mit dem Wenn bzw. dem If. Man muss eigentlich nur zwei Dinge wissen. Erstens, wann benutzt man welchen Bedingungssatz und zweitens, wie werden sie gebildet. Das sind dann also eigentlich nur sechs Dinge, die man sich merken muss. Eine überschaubare Sache. Die If-Clause sind nummeriert. Da gibt es also Typ 1, Typ 2 und Typ 3. Typ 1 braucht man immer dann, wenn das, worüber man da redet, erfüllbar ist, wenn es also realistisch ist. Schaut man zum Himmel, kann man zum Beispiel schnell feststellen, ob es regnen wird und daraus kann man ableiten, ob eine Unternehmung stattfinden kann. Das wäre also ein Fall für Typ 1. Bei Typ 2 ist die Bedingung nur noch in der Theorie erfüllbar. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn ihr euch überlegt, ob ihr euch mit Freunden trefft oder doch für eine Klassenarbeit lernt. Wenn ihr lernen würdet, wäre die Note vermutlich besser. Aber eben nur in der Theorie. Und Typ 3 benutzt man, wenn die Bedingung nicht erfüllt werden kann. Wenn ihr nämlich nicht für die Klassenarbeit lernt und dann eine schlechte Note bekommt, dann könnt ihr hinterher nichts mehr daran drehen. Dann wäre es Zeit für Typ 3. Zu erkennen, welcher If-Clause eingesetzt werden muss, ist schwerer, als ihn zu bilden. So viel sei gesagt. Aber kein Grund zur Besorgnis, es gibt da nämlich immer so ein paar Hinweise in der Satzbildung. Typ 1 hat im If-Teil nämlich ein Prädikat im Simple Present und im Hauptsatz, der übrigens immer durch ein Komma vom If-Satz abgetrennt wird, steht dann das Will-Future. Also zum Beispiel, if I go out, I will fail the test. Das go ist das Simple Present und will fail stellt das Will-Future dar. Der Bedingungssatz ist realistisch. Wenn man weggeht, statt zu lernen, dann besteht man den Test nicht. Bei Typ 2 benutzt man im If-Satz das Simple Past und im Hauptsatz would und ein Infinitiv. Dieses would kann aber auch durch could, might, should, may oder must ersetzt werden. Das gilt auch für Typ 3, aber dazu gleich mehr. If I went out, I would fail the test. Das ist also die Theorie. Ich überlege mir, ob ich ausgehen soll und denke darüber nach, was passieren würde. Wenn ich nämlich weggehen würde, dann würde ich den Test nicht bestehen. Klar, inhaltlich ist das fast dasselbe wie bei Typ 1. Aber dort haben wir ganz konkret gesagt, dass wir den Test nicht bestehen, wenn wir weggehen. Jetzt zweifeln wir daran, ob wir das überhaupt tun sollen. So, und nun ist der Test vorbei, aber der Satz soll im Prinzip derselbe bleiben. Also kommt Typ 3 zum Einsatz. Hier wird das past perfect mit would have und einem past participle kombiniert. If I had gone out, I would have failed the test. Der Test ist also rum, wir haben ihn bestanden und überlegen nachträglich, wie der Test ausgegangen wäre, wenn wir doch weggegangen wären. Auch hier kann das would wieder durch could, might, should, may oder must ersetzt werden. Der Rest bleibt allerdings gleich. Das sind die ganz klassischen If-Clauses, bei denen es übrigens Besonderheiten gibt. Aber die findet man meistens in der Umgangssprache oder in gesonderte Form und darum haben sie mit dem Standard-If-Clauses auch eher wenig zu tun, sondern müssen getrennt behandelt werden. Englisch kann also auch mal ein bisschen kompliziert sein. Aber Deutsch als Fremdsprache, das ist noch viel schwerer. Obwohl sich der Schwierigkeitsgrad bei den Bedingungssätzen die Waage hält.